Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und Projekt auf meinem Kanal. Und jetzt mache ich meine Begrüßung, wie es ab jetzt immer bei diesem Projekt sein wird. Bei dem Projekt wird die Begrüßung so sein. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Build. Ja, wie ihr jetzt gehört habt, das Projekt heißt Minecraft Build. Da werden ein paar Online-Freunden dabei sein. Jetzt haben wir gerade Online-Freund, die ist mir dabei. Hi. Hallo, ich habe Gänchen gesehen. Habe ich den ganzen Tag gesagt. Ja, hi. Ich habe mich nicht bewegt. Genau, jetzt können wir uns bewegen. Das Projekt hat offiziell gestartet, das müssen wir feiern. Ui, okay, ich feier vorbei. Minecraft Build, ähm, ich erkläre mal ein bisschen. So ähnlich wie Craft Attack sozusagen, also, haben wir jetzt gesagt. Aber als Überleben, wir haben normal. Trolling ist erlaubt. Also, wir bauen halt, wir farmen halt und bauen halt was sozusagen. Also eigentlich Craft Attack mäßig. Trollen ist erlaubt. Ja, solange es nicht tödlich ist. Also wenn man einen Troll macht, wo man zum Beispiel eine Menge Damage bekommt, ist es nicht erlaubt. Man darf maximal im Radius von 10, äh, ne, von 5 Blöcken um der Base. Also wenn man dann, außer, sagen wir mal, ich baue mir jetzt so kurz, ich baue jetzt mal kurz was aus Erde. Hier ist schon los. Ja. Hab ich ja gesagt. Geht schon los. Ja. Zum Beispiel. Ich mach mal so ein Beispiel für die Regel. Das ist jetzt so ein... Ja, das ist von mir leckt die ganze Zeit und höre ich mich nicht. Zum Beispiel das hier ist jetzt so ein... Hörst du mich nicht? Zum Beispiel das ist ein Grundstück, Leute. Und da müssen wir von außen zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und erst ab dem sechsten Block dürfen wir irgendwas bauen. Oder darf man irgendwas bauen. Dann lag das nur. Und ich hab die Sounds wieder überdimensional laut. Wo soll's denn hier legen? Also bei mir läuft alles flüssig. Ich leg grad auch ein anderes Video hoch, deswegen muss ich aufpassen wegen Speicher. Platz. Ähm. Ja, das wird auch random kommen, aber das wird ein Projekt, das ich durchziehe. Und sonst hab ich immer gemacht, dass alle Spieler anwesend sein müssen, wenn ich aufnehme. Das muss hier nicht der Fall sein. Ja. Droppt doch alles. Äh, äh, flag. Es droppt kein iTunes. Wenn... Drück mal... Wenn nicht... Nein. Das ist nicht immer bei jedem Leg. Hä? Wenn nicht, verlass nochmal und join nochmal rein. Ich hab... Das Baum gefällt. Ja, da haben sie recht. Hallo? Okay. Jetzt kapiert. So. Ähm. Ja. Ich würd sagen... Ähm. Ähm. Ja. Ich würd sagen... Wieso machst du mal GameStars? Was kannst du eigentlich? Achso, ich wurde aus der Party geschmissen. Ja. Hallo? Ähm. Irgendwie... Ist nicht... Just a Party. Ja. Weil... Keine Ahnung. Also... Hallo? Legt es? Bau mal irgendwas ab? Bekommst du was gedroppt? Hallo? Okay. Keine Antwort heißt... ... dass anscheinend alles geht. Ähm. Ich geh auf jeden Fall schon mal weiter. Oh, hier ist noch mehr zu kommen. Hä? Was? Es lädt schon wieder. Dann... Hallo? Ja. Es... Ja. Es geht schon... ...bisschen. Ja. Es geht schon bisschen besser. Aber wenn ich einen Block abbaue... Es... Es ist nicht mein Internet. Wieviel Balken hast du denn? Fünf. Äh. Alle. Ich hab... Ich hab voll. Ich auch. Lol. Ja voll. So Leute. Die erste Nacht... ... in Minecraft Builds kommt. Okay. Hm. Wo versteck ich mich? Wo Monstern? So. Ich hab noch kein Bild. Ja. Der Schlupf ist richtig, äh... Bibia. So. Und der ist jetzt Party gegangen. Ist aber auch unnötig. Weil ich ihn jetzt gar nicht einlade. Ich hab nämlich jetzt extra mal Party verlassen. Und... Ihr könnt doch gerne... Ideen für Minecraft Builds in den Kommentaren schreiben. Was wir zum Beispiel bauen können. Oder was ich. Die andere. Ähm... Ja. Es wird noch mehr... Äh... Mitmachen. Egal. Ist die erste Folge. Da ist ein bisschen karotisch. Ne. So. Ne. Ich hab das... Endportal gefunden. Glaub ich nicht. Ich seh... Ich seh... Ich seh alle Sachen. Weil ich in der Luft schwebe. Als wenn. Wo bist denn du? Da ist immer... Abgekannter. Es geht. Es geht. Es geht. Es funktioniert. Ja. Es lädt. Es lädt. Es geht wieder. Ja. Es geht. Äh... Ich glaub... Ich... 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 Ich weiß nicht was es... Aber... Es darf ein bisschen, dass der Block kommt. Ne. Das ist am Anfang eigentlich meistens normal. Was? So Leute. Ich sollte mich in Sicherheit bringen. Hier sind schon viele Monster. Es funktioniert. Alter. Krass. Hier ist die Chance ein Iglus. Ja. Vielleicht finde ich ein Iglus. Es dauert halb 10 Sekunden. Das ist wieder drauf. Ein Husk wäre jetzt... Ich... Ich kann nichts. Legt es wieder. Okay. Keine Ahnung. Kann es mal Tag werden? Ich habe gerade kein Essen bei mir. Aaaaaaaaaah. da bin ich die ganze zeit habe ich doch gesagt und schnee oder so doch ja da bin ich ich habe sogar ein eisbium gefunden es gibt es gibt ein eisbium eisbium ist halt da ich also ich glaube es sind die eisbium hier ist es ist ein killer rabbit weil es hat rote augen tut mir leid aber ich brauche essen du hast nichts getroppt jetzt habe ich nicht umsonst gekillt ich trau mich nicht in die Hürde mit meinen ja ich laufe in die andere richtung ich habe ja moin komm mal her wo bist du komm mal her ja moin die aus geht angst ich bin bei dir nicht hier runterfallen hier hier ist eine schlucht hier Achtung nicht hier bin ich ich guck mal hallo so das war's denn jetzt auch mit diesem video wenn es euch gefallen hat lasst den daumen nach oben da und teilt das gerne mit euren freunden und wenn ihr keine weitere folge von minecraft build mehr verpassen wollt abonniert mich und aktiviert die Glocke und wenn ihr mehr von diesen sehen wollt macht auch dasselbe und ich hoffe ihr habt noch schönen Tag eben was ihr habt